Hi Leute, herzlich willkommen zum Crash Academy SCB Verse Report. Wir haben jetzt nur noch zwei Wochen, dann ist Weihnachten. Genau, absolut. Und die Evocatis sind leider immer noch am Testen mit dem Patch 2.6. Hat jetzt alles etwas länger gedauert und das ist auch unser Hot Topic. Es wird weiter daran gearbeitet und man kann davon ausgehen, dass wenn ein offenes PTU startet, dass das dann bis zum 14.12. eigentlich abgeschlossen sein sollte und nur eine sehr schnelle Phase ist. Ja, das wäre dann schon der Mittwoch dieser Woche, denn am Freitag, den 16.12. soll das Ganze live gehen. Das ist der Same Date und es kommt natürlich mit dem Holiday Livestream zusammen, der dann am Freitag auch startet. Macht ja auch Sinn, weil wann sollen sie denn sonst starten, außer dann. Danach wird es wahrscheinlich auch zu spät und dann kriegen sie auch Schwierigkeiten, wenn es dann um Problembeseitigungen geht bis zu Weihnachten. Unsere Spekulation ist, dass es eine ganz kurze, wenn überhaupt, offene PTU-Phase gibt, wo nochmal die Live-Server quasi wirklich den Stresstest machen müssen und dass es dann auch ziemlich schnell rausgeht an die Bäcker. Vielleicht sind es auch ein, zwei Tage später nach dem Holiday Livestream, aber drumherum soll es wahrscheinlich passieren und unser Gefühl ist es, dass es auch ungefähr auf den Zeitraum kommen wird. Übrigens, auf der Schedule-Report-Seite gibt es jetzt eine weitere kleine Kategorie, die sie eingefügt haben, nämlich die sogenannten Bug-Progress, wo sie dann zeigen, welche Bugs, wie viele Bugs wurden in einem gewissen Zeitraum gemeldet und wie viele davon, von den Must-Fixes, haben sie schon ausgebeißert. Auch eine sehr, sehr gute Übersicht. Damit kommen wir auch schon zu den Weekly-Updates und da haben wir hier Around the Verse und da ging es um die Hornet und vor allem um die Hornet Wildfire, die jetzt gerade verkauft wurde im Anniversary Sale, die ist nämlich das Vorbild schon oder war einem quasi eine Version der neuen Hornet F7C-Reihe. Die wurde nämlich jetzt vom Design her komplett nochmal überarbeitet. Ja, da geht es wirklich nur um ästhetische Änderungen. Das bedeutet, es geht darum, das Cockpit ein bisschen zu streamlinen, ein bisschen die Kanten und Ecken der Geometrie rauszunehmen. Insgesamt einfach den ästhetischen Ansprüchen, Qualitätsansprüchen der jetzigen Schiffe anzupassen. Ich würde auch sagen, da geht es auch ein bisschen darum, dass die Hornet ein bisschen moderner erscheint und jetzt gegenüber einer Sabre und solchen Jäger nicht aussieht wie ein prähistorisches Kampfgerät. Ja, so ist es. Also das bedeutet, hier werdet ihr automatisch dann dieses Update erfahren. Es geht also nicht darum, dass es darum ein neues Modell gibt, was man dann kaufen muss oder sonst was, sondern diese ästhetischen Updates werdet ihr direkt kriegen und das eben dann zusammen mit der Wildfire. Außerdem gab es ein Update zu Squadron 42 und zwar den Animationen. Da gab es ein Behind-the-Scenes zu, fand ich ziemlich cool, gerade den Schluss. Absolut. Das war nämlich das Flugzeugträgerballett. Da könnt ihr mal reinschauen, da haben wir ein Voice-Over gemacht. Das war jetzt letztes Wochenende online gegangen. Da erkläre ich so ein bisschen, worum es da geht. Und damit gehen wir auch schon zu Reverse the Verse und Reverse the Verse, da gehen wir nochmal auf die Hornet ein. Da wurden nämlich Fragen zugestellt, dass es sich nämlich wirklich nur um eine ästhetische Änderung handelt. Es ist halt so, dass dieses Schiff dadurch jetzt nicht bessere Flugeigenschaften haben wird. Wobei, vielleicht mal abwarten, wie es dann ist mit der Atmosphärenrechnung. Vielleicht spielt das Spiel doch noch eine Rolle, dass es komplexer wird, das Atmosphärenmodell. Und dann könnten sich so ein paar abgeschrägte Kanten und Ecken da tatsächlich schon als vorteilhaft erweisen. Und wenn man auf die Bilder der Wildfire schaut, sieht man schon, dass es wirklich ein bisschen schnittiger aussieht, das ganze Schiff. Ja, das absolut. Ja, richtig. Und die Wildfire und diese Arten, das ist wirklich nur, diese Masters of Flight haben sie es ja genannt, das ist wirklich nur der Anfang. Das ist wirklich ein Test, wie die Farben im Spiel dann wirken, wie das kommt. Und später soll es komplett individualisierte Farbmöglichkeiten geben und eigene Designs, die ihr dann dafür nutzen könnt. Ebenfalls die wichtige Information ist, dass die 300er Reihe jetzt endlich an die Reihe kommt. Die F8 Lightning muss noch fertiggestellt werden, das ist ja der schwere Jäger von Anvil. Und danach wird dann auf jeden Fall die 300er Reihe auch ein Redesign bekommen. Das ist ja auch schon lange erwartet worden. Ja, das wird lange geplant. Da geht es dann aber noch mehr ins Detail als bei der Hornet, das haben sie gesagt. Das heißt, da geht dann die Frage, Bett, ja oder nein? Wie ist der Innenraum gestaltet? Die 300er Reihe ist wirklich ein Urgestein, so wie sie jetzt noch ist in Star Citizen und soll damit komplett überarbeitet werden. Das wird spannend. Weiter ging es dann mit dem weiblichen Charaktermodell. Da gab es auch ein paar Neuigkeiten zu. Und zwar, dass sie Bewegungen einzigartig sein werden. Fand ich sehr schön. Also es ist tatsächlich so, dass sie nicht jetzt einfach sagen, wir nehmen das männliche Modell und versuchen es nur so ein bisschen irgendwie zu vertuschen, dass eigentlich ein Mann ist ja drunter steckt. Nein, sie machen einen Großteil des ganzen Skelettes oder der gesamten Form. Wird halt wirklich dem weiblichen Vorbild nachempfunden und auch die Animationen sind natürlich davon betroffen. Genau. Das heißt, komplett eigene weibliche Motion Capture Aufnahmen wurden gemacht, eigene Animationen per Hand wurden gemacht und so weiter und so fort. Das heißt, da werden wir gucken, dass da was Schönes bei rauskommt. Es ist auch tatsächlich nicht so einfach, weil wenn man sieht, wie eine Frau läuft. Ja, das ist ganz einfach. Man erinnert sich jetzt, ich fange jetzt, wir haben ein bisschen Zeit heute, weil sehr kurz ist die Folge. Wir erinnern uns doch zum Beispiel an Star Wars Episode 6, wenn ich mich nicht täusche, wo Leia als Kopfgeldjäger verkleidet. Ja, stimmt. Man sieht es sofort, dass da eine Frau drin steckt. Ja, man sieht es sofort und wenn man in Filmen mal darauf achtet, man sieht so den klassischen Motorrad-Bösewicht mit dem Helm und dem schwarzen Anzug, Motorrad-Anzug und dann steigt er ab und du siehst sofort, alles klar, ist eine Frau. Und so genau soll es natürlich nicht sein. So ist es, der viel eleganter und das soll dann natürlich auch den Weg ins Spiel finden. Sind wir mal gespannt, Sie haben nämlich noch nicht gesagt, wann das weibliche Charaktermodell wirklich kommt. Mal gucken. Wir gehen noch mal eine Kategorie weiter und zwar heute mal den Holiday Newsletter haben wir uns rausgesucht. Es ist die Weihnachtszeit gerade und deshalb wollten wir euch ein bisschen informieren. Halt, eine Sache haben wir vergessen. Was haben wir vergessen? Und zwar zu den Masters of Light. Ganz wichtig, bei diesen verschiedenen Typen, die jetzt kommen, wie die Gladius, die jetzt nochmal kommt und über andere Typen oder die Wildfire als Vorhandemodell. Es ist nur der Anfang von der ganzen Entwicklung und tatsächlich ist es geplant, dass am Ende es möglich ist, von den Farben her diese Jäger wirklich persönlich anzupassen und je nachdem, wie man sie haben möchte oder alle Schiffe halt so anzupassen, dass man sein eigenes Farbgestaltungsmodell hat. Na richtig, also das nochmal im Detail. Wir hatten es vorhin schon mal bei der Hornet erwähnt, dass es wirklich nur der Anfang ist. Jetzt ist es tatsächlich auch gesagt, dass wir gesagt haben, ihr könnt diese Farben dann selber bestimmen. Via Hexcode könnt ihr dann selber zumindest an Teilen des Raumschiffes festlegen, was da passieren soll. Nochmal im Detail. Also von daher, lasst euch jetzt nicht von diesen einzelnen Skins abschrecken. Es ist wirklich nur der Test. Ja, jetzt kommen wir zum Holiday Live Newsletter. Und das hat vor allem den Holiday Livestream, den wollen wir euch natürlich ans Herz legen. Der kommt am kommenden Freitag, das ist der 16.12. um 20 Uhr deutscher Zeit auf Star Citizen, dem YouTube-Channel und auf dem Twitch-Channel. Kann man also beides gucken. Absolut. Ja, sie wollen Features vorstellen von 2.6. Was wollen sie noch machen? Wettkampf wollen sie machen? Und ein Concept-Sale. Ja, Concept-Sale. Was kann denn das sein eigentlich? Die Prowler ist raus? Wer weiß. So, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was in den Concepts her kommt. Wir wissen es nämlich gerade nicht so unbedingt. Also kein, ich würde mal sagen, kein Kapitalschiff, kein Großkampfschiff. Glaube ich auch nicht. Was Kleineres. Ja. Noch ein Jäger? Ja, stimmt. Es gibt noch die Origin 600er, die kommt noch zum Beispiel. Ich dachte auch gerade, ja. Das wäre aber ein Racer, oder? Ja, also zumindest wäre es irgendein High-Class-Schiff. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber Touring oder Racing müsste das dann sein und es dürfte kein Fighter sein. Vielleicht kein Fighter, oder? Wir haben genug Fighter. Ja, ich glaube auch. Also es wird ein bisschen größer sein. Unsere Spekulation, also als ein Fighter. Als ein Fighter, genau. Aber so, ich sag mal, so zwei Leute vielleicht, drei Leute. Ja. Bisschen Platz da drin, vielleicht zum Touring. Wäre schön. Zumindest ist es schön, wenn man mal ein anderes Modell von Origin sehen würde, als nur eine 890 Jump. Und die 300er-Reihe, viel mehr gibt es ja. M50. Ja gut, die M50 noch. Ja, 50, ja. Das ist aber auch 300er-Reihe. Ja, also viel hat Origin sonst noch nicht. Und ich weiß... 890 X. Ja, ist auch so ein Race. Ja, schon gut. Also wie gesagt, mal gucken, was sie uns dazu noch bringen werden. Aber auch das ist Spekulation. Wir wissen noch nicht, was das sein wird. Ein Explorations-Falter. Wie die 315P? Ja, aber halt mehr Falter. Okay. Und gleichzeitig Sensoren und einen Laderaum vielleicht. Komm, und einen Schleudersitz bitte auf jeden Fall. Und einen Turm. Und das Gameport muss rein. Genau. Aber kein Schleudersitz. Kein Schleudersitz. Nee, willst du nicht? Nein, nein. Das nicht. Brauchen wir nicht mehr. Wir wollen ja nicht übertreiben. Also, spekuliert mit uns. Was ist der neue Concept? Habt ihr vielleicht schon was rausgefunden? Gibt es irgendwo eine Twitter-Perle von Sandy Gardner oder Ben Lesnick, die vielleicht schon ein bisschen was verraten hat? Wir wissen es noch nicht. Und wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Das alles ab Freitag, 20 Uhr. Kommt da auch auf den Crash Academy Twitch-Channel. Wir werden das natürlich hosten und werden wieder im Chat mit dabei sein und mit euch fleißig diskutieren. Es gibt natürlich auch wieder was ganz Kleines bei uns zu gewinnen. Und wenn ihr euch über die Social-Media-Plattformen darüber unterhalten wollt, dann gibt es einen Hashtag dazu und der heißt Hashtag IntoTheWorse. Da könnt ihr dann sozusagen alles, was diesen Holiday-Livestream und 2.6 angeht, mit diskutieren. Der läuft jetzt genau über diese Weihnachtszeit. Und danach gehen dann die Server in die Knie und dann warten wir erstmal wieder ab. Genau. Kann durchaus passieren. Wir erinnern uns noch an letztes Jahr. Hashtag OutOfTheWorse. Entschuldigung, das war ein bisschen böse. Ja, aber ist richtig. Jetzt, weil du dich erinnerst, letztes Jahr 2.0, da ging gar nichts mehr für den ersten Moment. Das ist so mein Gefühl, meine Befürchtung. Aber egal, wir schweifen ab. Ja, richtig. Ja, wir kommen dann nochmal zu unserem eigenen Livestream ganz zum Schluss. Und zwar ist das am kommenden Donnerstag, einen Tag davor, machen wir nochmal ein bisschen Jahresrückblick. Wir haben Let's Crash auf diesen Termin gesetzt, damit wir erstens, damit ich wieder Internet zu Hause hatte, das war sehr wichtig. Und zweitens, damit wir auch ein bisschen nochmal zusammen zurückblicken können über das Jahr und einen kleinen Ausblick hinkriegen für 2017. Also das heißt, am Donnerstag habt ihr einen Termin 20.15 Uhr bei uns auf dem Crash Academy Twitch-Channel für Let's Crash die letzte Folge dieses Jahr. Und dann am Freitag gleich nochmal, ab 20 Uhr, für den offiziellen Star Citizen Let's Stream. Let's Stream. Let's Stream. Auch ein schönes Wort. Absolut. Genau. Und damit haben wir noch unsere Videos zum Schluss. Und was hatten wir denn da Schönes? Wir hatten einmal ein Voice-Over zu Star Marine, zu den Animationsfortschritten oder den Arbeiten an der... Nee, das war der Sound. Ach schau. Animation ist Squadron 42 gewesen. So rum war es. Squadron 42 war die Animation, der Sound bezog sich auf Star Marine. So ist es, ja. Und da ging es dann auch um die Fensterscheiben und um diese dumpfen Geräusche. Echt cool geworden. Muss ich echt sagen. Mir hat Spaß gemacht da. Also, das... Was denn? Die Animateuren? Ach so, ja, ja, ja. Den Sound? Ja, ja. Ich dachte schon, wir haben was Falsches erzählt. Nee, nee, nee. Das dürfen wir ja sagen. Nee, nee, nee. Das dürfen wir ja sagen. Das war echt cool. Und ich habe auch extra in den Voice-Over versucht so zu machen, dass ich nur dann spreche, wenn auch wirklich nichts zu hören ist. Im Hintergrund ist es nämlich bei einem Soundvorstellung immer ein bisschen schwierig, das zu übertexten. Aber es war ziemlich cool. Also kann man sich auf jeden Fall anhören. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Animationen. Das war nämlich das zweite Voice-Over, was wir gemacht haben, wo es eben dann wirklich um das Flugzeugträger-Ballett ging. Und das war eine total coole Sache, weil die dann wirklich gesagt haben, hier, das ist der Deck Chief und der macht dann das und der und so. Das wird wahrscheinlich dann auch wieder so ein Minigame, ne? Wer besser tanzen kann, kriegt mehr XP-Punkte. Keine Ahnung. Nein, weiß ich nicht. Wir werden mal versuchen, so ein Idris-Ballett hinzukriegen mit so verschiedenen Idris gleichzeitig. Ach, das wäre auch noch was. Genau. Das wäre großartig. Ja, also von daher, schreibt uns rein, was ihr davon haltet, wie ihr das fandet. Es ist noch alles recht roh in dieser Squadron 42-Ausgabe zu den Animationen. Aber man sieht schon, worauf sie hinausfinden. Und die Detailfreude ist wieder mal sehr, sehr, sehr schön. Ja, und ich glaube, damit sind wir für diese Woche auch durch. Wir haben nächste Woche noch einen SCB-Verse-Report. Und danach machen wir auch die Weihnachtspause. Das bedeutet, dann wird erst mal weniger Content kommen. Es sei denn, wir haben natürlich den großen Patch, der dann zu Weihnachten läuft und wir dann irgendwas euch zeigen können. Aber ansonsten mit dem SCB-Verse-Report fangen wir dann im Januar wieder an. Absolut. Gut. Also in diesem Sinne sind wir durch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Abonniert den Channel, wenn ihr up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen gerade am Ende des Jahres. Natürlich schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet oder euren Input. Liked oder disliked die Episode. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon. Und mir würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, Weasel und Sawyer verabschieden sich bis zum Freitag, würde ich sagen, mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!